Hallo und willkommen auf MX-5 Roadtrips, dem Kanal über die Bergpässe der Alpen. Diesmal von der Höri, einer schönen Gegend zwischen Konstanz und Stein am Rhein, und zurück von einer Dreitagestour über vier Schweizer Pässe, bei der erstmals die Insta 360 One R und nicht die GoPos im Mittelpunkt der Reise standen. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018